In diesem Video können Sie einige der besten Spielszenen aus den zwei Spielen von Matthäus Ufner sehen. Matthäus spielt Abwehr mit einer kurzen Noppe auf der Rückhand. Er spielt hier mit der Spezialversion des Spin-Nord DECO für Profis, die leicht verbessert Ende 2019 als Spin-Nord Viver noch frei erhältlich sein wird. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.